Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir rüsten in der ganzen Schweiz verschiedene Störche mit Sender aus. Wir wollen wissen, wo diese Störche genau durchziehen und wie sie sich verhalten. Wir stellen in den letzten Jahren fest, dass unsere Störche zum grossen Teil nicht mehr nach Afrika, sondern nur noch bei Spanien ziehen. Die Störche leben zum grössten Teil im Winter auf der Mülldeponie in Spanien und die werden demnächst aufgelöst. Es wird auf die Deponie kein organischer Abfall mehr gefordert werden. Das heisst, es gibt auch keine Nahrung mehr. Wir wollen versuchen herauszufinden, was passiert, ziehen die Vögel vielleicht wieder nach Afrika, bleiben sie vielleicht bei uns in der Schweiz oder verhungern sie sogar. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Sender jetzt einsetzen für den Störchtank SW. wir haben ja völlig gerecht. ist wichtig, dass wir uns nicht in der Industrie Wir sehen uns im Hintergrund von den Störchank fotografieren, Vielen Dank.